Daniel und ich stiegen ein. Wir hätten auch später fahren können, aber Gisela wollte das nicht. Ihr geht zusammen, basta. Einer für alle und alle für einen. Und eigentlich war das gut so, denn im zweiten Bus war es immer viel zu voll und zu laut. Daniel redete nicht. Er war morgens ganz blass und ganz müde. Er saß neben mir, guckte aus dem Fenster und roch nach Schlaf. Ich wusste, dass er noch träumte und dass ich ihn in Ruhe lassen musste. Der Bus fuhr durch die Bauernschaften vorbei an Wallhecken und Kopfweiden und Pferdewiesen. Manchmal sahen wir Rehe, die im Feld ästen. Die Höfe waren groß und lagen weit verstreut. Und die Bauernkinder, die dort wohnten, hatten Doppelnamen. Schulze Horn und Schulze Wettering und Schulze Eschenbach. Und auch ihre Vornamen klangen anders als unsere. Marie-Therese Schulze Horn, Anna-Sophia Schulze Wettering, Hubertus Schulze Eschenbach. Mit den Dorfkindern hatten die Bauernkinder fast immer Streit. Aber uns ärgerten sie nicht. Wir waren ja Schlosskinder.